Hey Leute und willkommen zu wahrscheinlich frühesten Aufnahmen, die ich je gemacht habe. Wir haben jetzt gerade, mein Uhr ist weg, aber irgendwas kurz vor 6 Uhr morgens. Ich bin jetzt schon durch einen Zufall vor 2 Stunden aufgestanden und keine Ahnung, jetzt hat es einfach, wo ist mein Kaffee, ich dachte es ist einfach mal was ziemlich cooles, einfach mal morgens hinzugehen und bevor die meisten Leute aufgestanden sind, einfach mal so eine Aufnahme zu starten. Allgemein habe ich aber vorhin auch was auf Twitter geschrieben, auf Facebook und keine Ahnung, wegen irgendjemand wachschauen und ich finde es doch ziemlich krass, wie viele Leute morgens um diese Uhrzeit doch schon wach sind. Also das ist, ich könnte das gar nicht, Student und früh aufstehen, das ist so ein Teufelskreis, da sollte man gar nicht erst mit anfangen. Ich habe auch gerade einfach noch zum Frühstück, beim Debutor glaube ich, genau beim Debutor war es ein Minecraft-Part, wenn es mich nicht irrt, 6, 3, 1 geguckt, genau. Und ich habe auch einen Kommentar geschrieben, genau, boah, ich muss erstmal runterkommen, hey. Yo, 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 what's up, hey, wir haben ja Stein ohne Ende, da müssen wir gleich mal anfangen ein bisschen Stein zu verbauen hier, würde ich mal sagen. Richtig, richtig cool. Yo, ich habe immer noch den V8-Shader drin, so oft fragen mich inzwischen Leute, ich kriege so viele PNs, dass Leute diesen veränderten Shader haben wollen. Ich werde den momentan aber so noch nicht rausgeben, weil ich momentan mit dem so überhaupt noch nicht, überhaupt nicht so reden kann. Nein, überhaupt nicht glücklich bin damit. Und erst, wenn der Skate mit seinem Shader glücklich ist, gibt er ihn auch raus, das ist ganz einfach. Weil, äh, ne, ich gebe ungern halbfertige Sachen, wo geht es denn da hin? Ach, nirgendswohin. Ich gebe ungern halbfertige Sachen raus. Ansonsten werde ich heute, bevor ich jetzt hier groß weiterbaue an meinen Nethergang, hier aber noch ein paar andere Sachen machen, und zwar mal hier ein kleines bisschen aufräumen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin mit dem Design und alles, und Moment mal, dafür können wir auch echt den Shader rausnehmen. Ich muss euch eine epische Sache zeigen. Diesen Shader hier, mit dem entsprechenden Texture Pack, das es dazu gibt, und dann innen drin, hey, sowas episches habt ihr noch nie gesehen in Minecraft. Das ist noch geiler als der Sonnenschein draußen. Guckt euch das an. Ich meine, Alter, das ist, das sieht nicht mehr wie Minecraft aus, das sieht wirklich, das sieht realistisch aus. Das sieht so realistisch aus, wie Minecraft nur aussehen kann. Draußen sieht es einfach nur scheiße aus, weil es tagsüber aussieht wie nachts, finde ich. Also da fehlt irgendwie, da fehlt so, ja, die Sonne ist zwar da, aber ansonsten sieht es draußen eher ein bisschen komisch aus, so shiny, classy. Aber innen drin, dieser Shader, boah, das ist der Hammer. Also vielleicht kriege ich den hier so verändert, dann arbeite ich nämlich lieber mit dem. Aber das ist alles jetzt nur streng hypothetisch, wir arbeiten jetzt einfach mal ohne Shader. Boah, das sieht auch geil aus. Boah, I'm in hell. Und natürlich auch mit wieder mit meinem Texture Pack. Steht 1.4.2, macht überhaupt keinen Unterschied. Guckt mal, wie schön hell es auf einmal ist. Wunderbar. Jo, ich habe ein paar kleine Sachen, die ich hier in diesem Raum hier bauen möchte. Und ich möchte das einfach jetzt heute Morgen mal so ein bisschen machen, während ich mich weiter drüber wundere. Wie viele Leute mal doch geantwortet haben, dass es doch Leute gibt, die um diese Uhrzeit schon wach sein müssen, ey. Das ist doch, das ist doch furchtbar. Ich könnte das nicht, ey. Ich könnte das echt nicht. Hier möchte ich eine kleine Sache bauen. Ich muss nur kurz verstehen, wie sie funktioniert. Und zwar möchte ich hier eine kleine Abkürzung reinbauen. Die hätte ich gern hier, also muss ich sie hier so. So, und zwar wird man hier nachher reinlaufen können und dann einfach nach unten. Genau das werden wir jetzt bauen. Ich mache jetzt so das Dümmste, was man überhaupt machen kann in Minecraft. Ich grabe mich so nach unten. Ich hoffe, dass ich auf nichts Böses stoße. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich glaube, ich lasse es besser. Guckt mal, wo ich bin. Ja, genau. Da können wir uns auch von unten nach oben graben. Das ist vielleicht ein bisschen vernünftiger. Weil ich hier so einen kleinen freien Fall anbauen möchte, hatte ich eigentlich schon vor über 100 Folgen vor, glaube ich, als ich dieses Ding hier gebaut habe. Na, guck mal. Aber ich habe es irgendwie nie auf die Reihe bekommen. Frag mich nicht, warum. Hier mussten wir jetzt Wasser reinziehen. Genau, und hier habe ich ein hübsches Löchle gebaut. Das kriege ich auch gar nicht mehr so zu, ne? Ne. Scheiße. Mann. Muss jetzt auch nicht sein. Das hat das Geld schon wieder scheiße gesagt. Ich muss auf meinen Bildungsauftrag aufpassen. Und ich muss gucken, dass ich das trotzdem hier irgendwie ein bisschen spannend gestalte. Auch wenn ich gerade hier nebenher halber am Einpennen bin. Na, komm. So. Und du auch. So. Uiuiui. Morgens aufnehmen, das ist wirklich, das ist mal eine Erfahrung wert. Das sollte man mal gemacht haben, wenn man jetzt Player ist. Einfach mal so mitten in der Nacht. Für mich ist das mitten in der Nacht, okay. Einfach mal mitten in der Nacht hingehen. Und einfach mal aufnehmen, ja. Das ist total crazy. Was haben wir hier? Sind das die, ja das sind die Stufen, ne? Das ist beschissen. Das nervt mich ein bisschen. Aber es ist bescheuert, wenn ich jetzt hier noch einen Block rein... Oh ne, doch guck mal. Das geht sogar. Da können wir nämlich hier ein Schild dran setzen oder eine Facke? Ja, eine Facke sieht besser aus als ein Schild, oder? Ja, eine Facke hat irgendwie so diesen Downhill-Charakter. Hier müsste ich eigentlich noch ein Schild hinsetzen. Genau, und dann brauchen wir noch Wasser und ein Schild. Also brauchen wir jetzt zwei Schilder und ein Wasser. Streng kombiniert nach Adam Riese. Ich hasse diesen Spruch nach Adam Riese. Das ist immer so dieses... Ich habe keine Ahnung von Mathe, will aber zeigen, dass ich es voll drauf habe. Nach Adam Riese. Und drei Schilder, genau zwei brauchen wir. Was war denn das für ein Move? Komm mal, hör auf. Mein Inventar ist zu voll. Lass mich in Ruhe. So schön, dass man inzwischen Eimond Sachen stacken kann. Ich habe es vergessen, wie es heißt. Eimer und Wasser stacken kann. Eimer und Wasser, Eimer und Schilder, verdammt. Genau so hieß das Wort. Schilder. Jetzt müssen wir da gucken, dass wir irgendwie... Hui. Hörst du? Auf zu lecken. Blackraft. Jetzt müssen wir natürlich irgendwoher Wasser holen, wo das auch wieder zurückfließt. Genau so. Da muss ich mal kurz überlegen, wie viel Wasser wir brauchen. Ich glaube, ein einziges Wasser dürfte so schon reichen. In der Theorie. In der Theorie. Meine neue Maus ist auch schon auf dem Weg zu mir. Wird wohl eine Logitech G700, wem das was sagt. Weil ich ziemlich scharf bin auf die zusätzlichen Tasten, um damit das Inventar hier durchzuschalten. Einfach mit einem Klick mal schnell woanders reinzukommen. Ich weiß, dafür ist sie eigentlich überhaupt nicht gedacht. Aber ich finde diesen Verwendungszweck extrem cool. So, in der Theorie sollte das jetzt schon funktionieren. Und wenn nicht, dann bin ich jetzt einfach tot, wenn ich es ausprobiere. Hast du das nicht optimistisch wieder? Perfekt. Ah ja, like a boss hier. Genauso wie ich es haben wollte. Jo, dann kann man nämlich hier hingehen und hier noch das Schild hinhängen. Das sieht man natürlich kein Schwein. Sollen wir das doch vielleicht hier reinhängen? Free fall. Ne, mir der fuck hat es mir besser gefallen. Dann müssen wir das Schild woanders hinlegen. Vielleicht hier ganz oben hin. Ich weiß auch nicht, ob das noch gut aussieht. Free fall. Ach doch, guck mal, das geht sogar. Das sieht cool aus. Richtig cool aussehen. Tut doch mein Gang hier oben. Also was ich mir hier reingebaut habe, ne? Das ist schon ein bisschen cool. Tatsächlich ist aber, dass es so momentan noch ein bisschen stumpf aussieht. Oh, das ist schon mal richtig gut hier. Das heißt, wir müssen uns heute ein bisschen darum kümmern, dass das Gehrein ein bisschen besser wird. Hey, ich nehme jetzt seit 8 Minuten auf ungefähr. Und es kommt mir schon wieder vor wie Stunden. Weil es morgens ist und ich noch total verschlafen, ey. Das ist echt eine lustige Aufnahme heute. Chill running more. Oh fuck, man. Ich wollte jetzt in der Luft noch einen dazu bauen und dann so ganz cool da drauf springen. Dann halt nicht. Ganz cool springen ist nichts für müdes. Na, eigentlich. Jetzt hätte ich aber langsam an meinen Fähigkeiten gezweifelt, wenn ich noch länger gebraucht hätte. Ah, wo ist meine Schaufel? Ich muss das immer, weil mein Mausrad von der Maus, die ich momentan habe. Das ist ein Microsoft Maus. Glue Track ist zwar an sich eine hübsche Spielerei, aber so nicht lebensfähig. Diese Maus, die Mausrad, die ist nicht gerastert. Das heißt, es ist extrem schwer, damit hier im Inventar durchzuschalten. Und ich schalte mich die ganze Zeit eigentlich auch drüber. Das heißt, ich muss immer mit der Tastatur durchschalten. Und ja, das kotzt an. Deswegen war jetzt irgendwann meine Überlegung, jetzt reicht, jetzt kommt eine richtige Maus her. Ist zwar ein bisschen teuer, aber das kommt hier alles wieder rein. Ist ja nicht so das Problem. So, wo müssen wir noch hin? Oh Gott, da oben müssen wir sogar hin. Wer hat denn so einen Scheiß gebaut? Skate, warst du das? Screw you. Ich erinnere mich gerade ein bisschen an ein Lied von Austrian Death Machine. Jeder, der Metal hört, sollte man diese Band gehört haben. Das ist ein, eigentlich vom Sänger von Azalea Dying geführte Bands, die sich zum Spaß gemacht hat, Arnold Schwarzenegger durchgehend zu parodieren. Nee, es ist echt lustig. Hier müsste ich mir eigentlich einen Jump'n'Run-Part reinlegen, Leute. Wisst ihr? Oh Gott, hey, wie habe ich das gerade überlebt? Das wäre so cool, wenn hier außenrum so ein Jump'n'Run wäre. Ich würde mich zwar die ganze Zeit halb totstürzen, aber vielleicht sollte ich das echt bauen. Hier ist ein Jump'n'Run, wo man irgendwo dann hinkommt hier. Vielleicht so ein Secret Room oder so ein Kram. Ich glaube, das mache ich sogar nachher noch. Oh. Oh. Hallo Welt. Cool. Hier könnte ich eine Geheimtür einbauen. Guck dir das mal an. Ey, das ist ja cool. Richtig cool. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Das ist toll. Das gefällt mir jetzt gerade, dass wir hier rausgekommen sind. Das hat Potenzial, wisst ihr? Wir sind ja, wir haben ja den kompletten Berg eigentlich so ausgehört. Ich hatte das streng architektisch damals mit höchstem Ingenieurwissen so gebaut, dass das gerade so hier in den Berg reinpasst. Aber das ist ja cool, dass wir jetzt hier sind. Da könnte man hier noch eine Tür reinsetzen. Jetzt machen wir aber erstmal zu hier. Da muss man auch zumachen. Damals hatte ich noch keinen Cleanstone für sowas. Ich erinnere mich. Tatsache ist aber, dass wir die da oben auch nicht gebrauchen können. Können wir zu buddeln mit Erde, die natürlich in der Luft stehen bleibt, bei Realismus. Krass. Gut, dann wäre das auch geklärt. Außerdem würde ich endlich mal die Decke hier schön machen. Das ist ja kein Zustand. Nein. Oh ne. Du bist Kies runtergehauen. Ja, ja. Eigentlich hätte ich meine Silk Touch Spitzacke noch ordentlich mit Effizienz zuhauen sollen. Da wäre ich nochmal ein richtiges Stück mächtiger geworden. Aber irgendwann hast du halt auch nicht mehr die Level. Ich frage mich eh, was ich mit meinen momentanigen 21 Level machen soll. Ein Schwertsch? Wäre eigentlich naheliegend. Aber dazu brauche ich eigentlich noch einen höheren Level. Vielleicht eine neue Spitzacke oder irgendein richtig krasses Tool, mit dem es Spaß macht zu arbeiten. Ich weiß nicht. Das sind mir die Teile eigentlich dann schon fast wieder nicht mehr wert. Ich werde mal gucken. Ich werde noch ein paar Level weiter leveln, denke ich mal. Mal sehen, was sich so ergibt. Vielleicht sterbe ich auch irgendwann. Dann war es umsonst. Aber ich habe ja eh Pläne für die Zukunft. Noch eine riesige Mobfalle und so ein Kram. Also das wird alles schon ziemlich cool werden. Ich habe ja demnächst auch ein Abo-Special vor. Vielleicht ist das sogar schon hochgeladen. Man weiß es nicht. Welche Reihenfolge das Gate aufnimmt, das ist alles streng geheim. Das weiß nämlich nicht mal ich selbst. Das ist so zu sehen top secret. Noch höher mit der Macht als ich. Und jetzt fehlt mir noch genau ein Scheiße. Screw you, man. Guck mal, wie es da unten aussieht. Wir haben einen Baum, der sich im Wind bewegt, der sich hier drin definitiv nicht befindet. Und dazu haben wir hier überall alles voll Stein. Naja, was soll's. Wo müssen wir noch ausbauen? Ich glaube nur dieses Eck hier, ne? Richtig, cool. Können wir ja schnell alles runterreißen. Ich frag mich echt teilweise, was ich hier gebaut hab. Ganz im Ernst. Nein. So. Alles weg. Können jetzt hier so reinrennen. Genau so. Das ist immer so lustig. Man weiß nicht, ob man es selber überlebt, wenn man so Sachen startet. Vor allem in Minecraft Let's Play, wo es ja aus Prinzip immer ein bisschen mehr laggt. Ich hab's zwar inzwischen geschafft hier mit Shader und so weiter. Das läuft alles sehr flüssig. Das läuft flüssiger als früher normal Minecraft mit mir. Das ist bei mir. Das ist echt ein bisschen peinlich schon fast. Aber es ist noch nicht so optimal vom Dinger her. Also es kostet trotzdem Frames. Das ist ganz offensichtlich. Das darf es auch und das muss es auch. Weil wo wären wir denn, wenn ich aufnehmen könnte? Na scheiße. Ohne, dass ich Frames dabei verlieren würde. So. Ich glaub mein Raum ist hier unten noch. Ich hab doch gerade schon gedacht. Das kann doch nicht aufgehen. Den Teil da oben werden wir noch verlassen. Und Suizid. Ist auch cool. Hier. Ein Kies auf unserem Baum. Wie es hier unten aussieht, ja die größte Sauerei. Das geht hier ab. Ich find die Farbe von diesem Baum nicht ganz schön. Es ist ja das Schöne. Am eigenen Texture Pack werde ich irgendwann mal was machen. Das fast alles, was Baum ist, grün aussieht. Weil ich das einfach ziemlich, ziemlich cool finde. Dieses, dieses schöne Waldgrün. Und es gibt ja auch eine Datei. Das ist so ein Farbverlauf. Der. Also ich hab hier schon ein bisschen gepfuscht. Wo geht's denn dahin? Ich weiß glaub ich, wo es dahin geht. Epic Shit. Oh man, das ist auch cool. Hier können wir auch noch eine Geheimtür reinpflastern. Aber ne, lassen wir. Den Gang lassen wir mal so bestehen. Vielleicht brauch ich den irgendwann nochmal. Falls da oben die Zombies mein Haus übernehmen. Und ich dann hier rausrennen muss. Dann haben wir jetzt hier einen Gang dafür. Gangnam Style. Gang dafür. Oh man, Alter. Morgens aufnehmen. Wir haben jetzt gerade. Oh Gott. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich brauch mal. Das ist das Blöde. Seitdem ich Minecraft Vollbild spiele, hab ich so nicht mehr die. Ja, die Uhr. Die Uhr hier machen wir trotzdem zukommen. Die Uhr, um zu gucken, wie lange ich eigentlich schon. Ja, nicht aufnehmen. Aufnehmen hab ich noch. Aber wie viel Uhr es ist. Das ist nämlich für mich manchmal ganz interessant. Weil ich manchmal die Aufnahmen eben einfach irgendwo zwischen reinschalte. Stelle gelegt der Minenschacht. Fuck it. Da oben haben wir was vergessen. Nein. Scheiße. Mann. Jetzt muss ich nochmal mein Leben riskieren. Was haben wir eigentlich hier gebaut? Eigentlich muss das auch noch alles eine Ebene höher. Ja, muss es. Epic Shit, Alter. Gar nicht gut. Jetzt müssen wir nämlich nochmal da rum bauen. Und dann da auch. Mann, 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 Mann. Immerhin wir bekommen so eins. Nämlich genug Cleanstone. Den brauchen wir spätestens irgendwann, wenn ich was schön bauen will. Und schön. Mann, 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 Mann.